Daten sammelt die Stadt Rheinland-Stadt ja nicht erst seit gestern. Es gibt eine Fülle von Daten, jedes Vierteljahr gehen diese Geschichten dann in die Politik und werden abgeheftet. Was fehlt Ihnen denn noch? Erstmal muss ich Ihnen widersprechen, die Daten werden nicht einfach abgeheftet, sondern wir haben schon immer noch eine Diskussion über diese Daten. Und ich glaube, damals als der ASGWP sich einen Sozialmonitor wünschte, war genau das das Ziel, dass man eben besser orientiert wird und die Öffentlichkeit besser orientiert wird. Jetzt wollen wir genau das, was wir dort entwickelt haben, weiterentwickeln. Wir dürfen das jetzt machen mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir können jetzt Sozialplanung machen. Das ist in Warnung eigentlich nichts anderes als das Installieren eines Controlling-Prozesses über die unterschiedlichen Aufgaben des Sozialdezernates und auch durchaus darüber hinaus. Wir wollen treffsicherer werden, wir wollen nicht nur Daten sammeln, wir wollen Probleme noch besser erkennen und wir wollen auf die Probleme besser und integrierter reagieren. Wir wollen einfach noch besser die Lebensverhältnisse von Menschen verbessern und dafür brauchen wir noch bessere Orientierung. Und da finde ich jetzt sehr, sehr froh, dass Sie Frau Münstermann uns dabei unterstützt. Also Daten sammeln, Lebensverhältnisse besser erkennen, dann konkrete Maßnahmen vorschlagen. Daten sammeln, Daten kennenlernen, die man schon hat, neue Daten sammeln, entwickeln, zusammentragen, ein komplexes System, auch webbasiertes System, wo die Daten sowohl für uns wie auch für die Externen transparent und visuell auch schön optisch dargestellt werden können. Schön nicht im Sinne von, dass sie schön aussehen, sondern auch so, dass man die analysieren kann, sodass man daraus etwas ableiten kann. Und daraufhin nicht alleine ich, sondern zusammen mit ganz vielen Partnerinnen und Partnern und Akteurinnen und Akteuren gemeinsam im Rahmen eines Hundetisches, nennt sich dann Sozialplanungskonferenz, gemeinsam die Maßnahmen entwickeln. So ist die Reihenfolge. Und immer wieder ein Berichtswesen etablieren, einen Sozialmonitorin fortführen und daraufhin dann wieder miteinander sprechen, wieder planen, Zielfreibeleitung treffen und gucken, was wirkt. Und das war bisher noch nicht? Das ist in Ansätzen zum Teil bis jetzt auch gewesen und je nach Quartierslage zum Beispiel hatten wir auch durchaus gute Vorläufeprojekte, wo man das ja auch schon zum Teil kleinräumig etabliert und evaluiert hat. Und da kann man ja durchaus anknüpfen und das hat die gesamte Kommune sozusagen übertragen und daraus weitergucken. Und die Bereitschaft der Beteiligten ist da? Die Bereitschaft der Politik drückt sich durch einen positiven Ratsbeschluss für dieses Projekt aus. Und im Rathaus der Mitarbeiter? Im Rathaus ist es tatsächlich auch so. Das ist schon lange eine Strategie, insbesondere im Sozialdezernat, dass die einzelnen Fachdienste diesen Weg gehen wollen. Wir haben ja im Sozialen immer wieder auch ein bisschen gegen Vorurteile zu kämpfen. Wir wollen auf diesem Weg deutlich machen, dass wir Wirkung erzielen können. Und Wirkung kann man am besten damit dokumentieren, indem man letztendlich eine negative Entwicklung darstellt, Maßnahmen ergreift und dann, das wird nicht immer so sein, aber auch positive Entwicklungen dann nach den Maßnahmen bei der Bewertung dann auch feststellen kann. Das ist unser Wunsch. Die Akzeptanz für unser Tun, die Wirksamkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und das ermöglicht letztendlich auch einen kreativen Prozess. Die Kolleginnen und Kollegen des Sozialdezernates können anhand der Problemstellung sich neu überlegen, wie sie ihre gesetzlichen Instrumente tatsächlich auch einsetzen können. Das wird natürlich positiv gesehen und ist auch letztendlich eine gemeinsame Strategie des Dezernates II. Also die Daten zu sammeln, kann ich mir doch vorstellen, ist mühsam, aber letztendlich machbar. Aber daraus dann in der Konsequenz konkrete Maßnahmen vorzuschlagen und die dann auch zu realisieren, ich glaube, dann wird es schwierig. Hat auch keiner gesagt, dass es einfach wird. Natürlich ist das ein komplexer Prozess. Dafür gibt es aber auch Unterstützung, sowohl vom Landesministerium, von den Instituten, die das auch begleiten, wie auch von Nachbarn und Kommunen, die vielleicht in den gleichen Prozessen schon dran sind. Und das ist ja so, dass man da nicht drum rumkommt. Es ist jetzt keine Frage von, ob wir das tun, sondern wie wir das tun. Und ich denke, es wird gut klappen. Wir haben einen guten Zeitpunkt gewählt. Wir haben gute Erfahrungswerte, gute Vorläufe, Projekte. Und ja, ich finde es sehr hoffnungsvoll, dass wir das hinkriegen. Sie werden ja nicht im Wolkenkuckucksheim arbeiten, sondern Sie gehen auch zu den Bürgern. Die kriegen mit, was sie tun. Ja, also vielfältigerweise. Natürlich werde ich mich überall, da wo es schon bestehende Strukturen gibt, wie zum Beispiel Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreisen, werde ich mich vorstellen, werde um Projekt berichten. Das ist aber auch so, dass allein schon durch diese Vernetzung und die Gespräche mit verschiedenen Fachdienstleitern, Akteureinnen und Akteuren der sozialen Landschaft, das von alleine sich dann irgendwie auch bekannt macht. Und natürlich auch durch die Vernetzung wird die Öffentlichkeit davon erfahren. Und ja, spätestens dann, wenn konkrete Handlungsempfehlungen, konkrete Informationen und Analysen, die dann zu irgendwas hinführen sollen, dann vorgestellt werden. Also es ist ein Prozess, wir werden immer in die Öffentlichkeit gehen damit, aber natürlich schon auch zu den Bürgern und auch die Sozialplanungskonferenz soll ja auch aus verschiedenen Menschen bestehen, die nicht nur Fachdienstleiter sind, sondern auch die Akteureinnen und Akteuren, die eine Expertise damit reinbringen und ja auch nahe an den Menschen dran sind und das auch zurückspielen können. Wo sehen Sie die größten Schwachstellen in Räumscheid? Will ich jetzt noch gar nicht so vorweg greifen. Ja, möchte ich ehrlich gesagt dann auch gar nicht so von Schwachstellen sprechen. Ich weiß nicht, ob mein Vorgesetzter da ein konkretes Bild zu haben. Aber es geht nicht um Schwachstellen, sondern es geht um den Erkenntnisgewinn. Also ich glaube schon, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht so transparent haben. Das geht jetzt darum, das zu machen. Aber es geht eigentlich um eine Erweiterung unserer Arbeitsmethode. Also ein gutes Beispiel, damit das auch für Ihre Kundschaft im Waterworld ist, dann auch plastischer wird, ist, dass wir vor kurzem die Vergabe der Schulsozialarbeiterstellen in einem Schulsozialindex tatsächlich auch vergeben sollen. Das heißt, eine knappe Ressource musste letztendlich aufgrund der Datenlage, die bestimmte Herausforderungen in einem Personenkreis beschreibt, vergeben werden. Das ist im Grunde genommen eigentlich dieses Prinzip. Und an der Stelle wollen wir natürlich auch viel stärker ansetzen. Klar, wir haben eine Reihe von Transferleistungen, die wir noch Bedürftigkeit vergeben. Aber es gibt so viele Möglichkeiten im Bereich der Bildung, im Bereich der Jugendhilfe, im Bereich der Stadtplanung, im Bereich so vieler unterschiedliche Dienste, wo wir konzentrieren letztendlich, besondere Lebenslagen von Menschen angeben können. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die tatsächlich auch da ist. Also knappe Ressourcen haben wir als Kommune immer. Und es geht darum, diese knappen Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Und, das ist das Wichtigste auch, die entsprechend gewollte Wirkung auch erzielen. Na dann, viel Erfolg! Dankeschön!